Hallo und willkommen zurück auf dem Blackcaller-Horror-Kanal bei Snipernete4 mit der Hitcher und ich werde immer noch hier verfolgt geachtet auch immer und da müssen wir als erstes Unterlocken hier Das kann doch echt nicht wahr sein Junge, Junge, Junge So, da ist noch eine Waffe zu tun Das gibt es nicht, ne? So, da ist noch eine Waffe zu tun Wir müssen näher ran und... Dem haben wir den Magen zerschossen Wo, wo, wo? Oh, fuck Also ich bin hier nur noch am sterben, was kann doch nicht wahr sein So, da ist noch eine Waffe zu tun So, da ist noch eine Waffe zu tun Aus So, da ist noch eine Waffe zu tun 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Gussuano 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 Egalo Gussuano Schau! Chi è stato? In quell'area! Oh! Es gibt nichts mehr zu finden. So, den haben wir erwischt, aber jetzt kommen wieder ein paar Experten. Warte, hab ich keinen mehr. Kein Anzlager! Lass uns abitieren! Lass uns abitieren! Andiamo a darse di lui! Undiamo quel bastardo! Devo ricarik! No, malen! Oh, da ist sie nicht draufgegangen. Okay, haben wir auch gewischt. Oh, Leute, ey. Ach, ich habe fertig hier. Oh, da kommen. Es ist noch da? 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 Ah! Ah! Fertil! 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 Wird jetzt beide gekillt? Wird jetzt nicht. Da haben wir das hergefunden. Sehr schön. Das war's für heute. Toll. Oh, Leute, ey, ich weiß nicht, was los ist. Ja, das soll es aber auch mal gewesen sein jetzt für diese Folge und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, irgendwann läuft es. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like da und ciao, ciao.